Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es das Review zu der Shisha Turbine, einer der wohl teuersten Kohleanzünder, die man sich nur kaufen kann. Und wir wollen heute mal zusammen herausfinden, ob das Teil wirklich sein Geld wert ist, ob es 105 € in der Kombi, wie sie zum Beispiel hier steht, wirklich wert sind und was das ganze Ding so kann. Ja Leute, willkommen zurück. Wie gesagt, heute das Review zu der Shisha Turbine. Die Turbine an sich kostet 80 €, die Turbine mit dem Booster kostet 105 €. Und wir wollen heute mal zusammen herausfinden, lohnt sich das, so viel Geld für einen Kohleanzünder anzugeben? Was kann denn ein Kohleanzünder überhaupt, der so viel Geld kostet und kann das überhaupt gerechtfertigt sein? Vielleicht ist es ja auch einfach nur Marketing. Wir wollen auf jeden Fall heute herausfinden, was das Ding so kann und wie gesagt, ob das eben das Geld wert ist. Viele von euch haben ja bestimmt mein Unboxing-Video von damals gesehen, als ich das Paket bekommen habe. Ist schon einige Monate jetzt her, aber ihr wisst das Leute, wenn ich ein Review bringe, dann ist es auch wirklich ein Review. Dann will ich wissen, worüber ich rede und deswegen kommt dann natürlich erstmal ein ausführlicher Test. Was wir außerdem noch in dem Video machen, ist ein Vergleich, wie viel bringt der Booster? Das ist beides Shisha Turbine next. Hier habe ich dann einmal mit dem Booster Kohle angemacht und hier ohne den Booster. Und Leute, ich fand das Ergebnis krass. Ich bin sowieso überzeugt von dem Booster. Also für mich schon mal vorne weg, wenn Shisha Turbine dann nur mit Booster. Ich finde, der gehört einfach dazu. Ich finde, das müsste praktisch schon als Set verkauft werden. Aber vorne weg, das Ergebnis war krass, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Erstmal würde ich sagen, reden wir mal drüber, was die Shisha Turbine ist. Und das ist auch relativ einfach erklärt. Es ist ein Kohleanzünder, der komplett made in Germany ist, der aber im Vergleich zu anderen Kohleanzündern eine kleine Besonderheit hat. Denn die Shisha Turbine hat unten noch einen Lüfter drin. Deswegen ist das Ganze auch so hoch. Oben ist dann ganz normal eine Heizspirale, wie man das eben von verschiedenen anderen Kohleanzündern auch kennt. Nur muss ich sagen, dass die Turbine schöner beieinander liegt, die Spirale schöner beieinander liegt und auch deutlich dicker und massiver wirkt, als das bei manchen von diesen Shisha Anzündern ebenso der Fall ist. Außerdem ganz wichtig, Leute, das Ding hat TÜV und praktisch CE und also nicht praktisch CE, hat auch noch CE-Siegel, aber praktisch so ziemlich jede Zertifizierung, die irgendein Elektrogerät haben kann. Und bei Made in Germany, klar, da kann man sich eigentlich schon fast sicher sein, dass da keine Billigtechnik drin verbaut wurde. Sollte man aber auch halt erwarten können, wenn man für dieses Ding 80 Euro oder mit dem Booster eben 105 Euro ausgibt. Über die Optik, Leute, da muss jeder selbst wissen, ob es einem gefällt oder nicht. Manche sagen, Digga, das ist viel zu hoch. Was soll das? Ich will nicht, dass mein Kohleanzünder so viel Platz wegnimmt. Ich finde es vollkommen okay. Ich finde die verschiedenen Farben, die man eben hat, mega, mega cool. Es gibt auch immer wieder eine Limited Edition, wo dann irgendwie Copper verwendet wurde oder irgendwie, es gibt sogar eine 24 Karat Gold Edition, die einfach 500 Euro kostet. Also wenn jemand richtig Bock hat, Geld auf den Kopf zu hauen beim Kohleanzünder, gönnt euch die Shisha-Turbine erstmal in 24 Karat Gold. Zwischendritt immer mal wieder Zug. Ich rauche übrigens auf meiner Mose Blue Hybrid Nummer 10 von 10 Limited mit meiner Harmony Bowl, dem Cloud Lotus 1 Plus Nieris, den Barbos FFM, durch den steht auch noch hier. Habe ich in letzter Zeit echt gefressen, das Teil, rauche ich sehr, sehr gerne. Wie gesagt, wollen wir dem Review herausfinden, ob dieses Ding, beziehungsweise dieses Set aus Booster und Turbine wirklich 105 Euro wert ist. Und da wir gerade bei der Verarbeitung waren, da kann man auf dem schon mal sagen, es gibt nichts zu meckern. Es sieht alles sehr, sehr hochwertig verarbeitet aus. Ihr habt keine Menge. Der Lack ist wunderschön. Das mit dem Kabel sieht super, super geil aus. Allein dieser Akzent, dass in der schwarzen Turbine mit dem roten Logo auch noch ein rotes Kabel dran ist, finde ich mega, mega geil. Bei der mit dem schwarzen Logo ist dann auch ein schwarzes Kabel dran. Also von der Verarbeitung her auf jeden Fall schon mal top. Ich habe absolut keine Menge festgestellt. Meine Spirale sieht nach monatelanger Benutzung und vor allem intensiver Benutzung und auch Benutzung, wie man sie eigentlich gar nicht benutzen sollte. Also wir haben da wirklich teilweise, also das Maximum, was hier reingeht auf einmal, sind zehn Kohlen. Man soll eigentlich nicht zehn auf einmal reinpacken, aber Leute, ihr wisst das, wenn Freunde da sind und ihr wollt alle auf einmal einen Kopf rauchen, dann packst du da halt rein, was du reinpacken kannst. Maximum sind wie gesagt zehn Stück, reicht also für drei bis vier Köpfe, je nachdem wie viel Kohlen ihr pro Setup braucht. Ich brauche zum Beispiel mit meinem Lotus in einem Overpack-Setup meistens nur zwei Kohlen, das heißt, das würde dann sogar für fünf Köpfe reichen. Sagen wir mal ein paar Leute rauchen noch mit drei, dann reicht das so für drei, vier, fünf Köpfe. Also wenn ihr zu dritt raucht, drei Pfeifen gleichzeitig anmacht, ist die Turbine auf jeden Fall ausreichend. Aber wie gesagt, man sollte sie eigentlich nicht so benutzen. Man sollte nicht so viele Kohlen auf einmal reinpacken, aber ich habe es trotzdem gemacht und bei mir ist es auch immer gut gegangen. Mein Booster oben drauf hat natürlich jetzt gewisse Gebrauchsspuren. Man sieht das auch, ich muss mal gucken, ob ich den anfassen kann. Man sieht das auch hier, nachdem ich den eben einmal benutzt habe, der hat auch schon leichte Gebrauchsspuren. So ist das einfach. Das Metall verfärbt sich halt ganz klar, sieht man natürlich auch hier vorne im Vergleich zu den relativ neuen auf der Seite. Klar, das verfärbt sich, aber das ist nichts, was jetzt irgendwie mit einem Mangel an Material oder sowas zu tun hätte. Metall verfärbt sich halt unter Hitze. Ist ganz einfach, so auch das. Bei der Abnutzung von der Spirale muss ich nach der monatelangen Benutzung und wie gesagt, nach der relativ heftigen Benutzung sagen, ist auf jeden Fall top. Also wenn ich einen Schieneanzünder so misshandelt hätte wie dieses Ding hier und bei Schieneanzündern habe ich sogar häufig noch ein Sieb genommen, was ich drüber lege, damit die Spirale sich eben nicht so schnell abnutzt, sieht die auf jeden Fall top aus. Also hat sich mega gehalten. Ich gehe da ab und zu mal mit so einer Drahtbürste drüber, um den Dreck da abzumachen. Man soll seine Produkte ja auch pflegen und gerade wenn man so viel Geld für den Kohleanzünder ausgibt, will man ja auch, dass das lange hält. Einen noch krasseren Langzeit-Test hat mein Shisha-Cast-Kollege der Alex, aka Directly Shisha Germany gemacht. Der hatte seine Turbine, ich will jetzt nicht lügen, aber es war mindestens ein Jahr und ich glaube, es war sogar noch länger. Ich meine, es waren sogar anderthalb Jahre oder sowas und jetzt ist das erste Mal seine Spirale kaputt gegangen. Aber selbst wenn euch die Spirale kaputt geht, könnt ihr einfach eure Turbine einschicken lassen und die Spirale wechseln lassen. Ich glaube, das kostet 20 oder 30 Euro oder sowas. Also die Nachfolgeanschaffungen sind dann so, wie ein normaler Kohleanzünder eben kosten würde. Nur beim ersten Mal muss man halt ein bisschen mehr investieren. Was natürlich einer der wichtigsten Verkaufsargumente ist, wenn es um die Turbine geht, ist die Geschwindigkeit. Und da habe ich einfach was vorbereitet. Ich habe eben in beiden Turbinen Kohle angemacht. Ich habe sie vorher warm laufen lassen. Bedenkt das, die waren nicht kalt. Ich habe sie warm laufen lassen und habe dann einmal auf der mit dem Booster vier Kohlen angemacht und auf der hier ohne den Booster vier Kohlen angemacht. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange. Ich zeige euch das einfach mal und blende euch auch unten den Zeitverlauf ein und dann seht ihr, wie schnell damit Kohle an ist. Ich habe beide angemacht, damit die wirklich auf demselben Startpunkt sind. Man könnte ja sagen, vielleicht geht eine gebrauchte Turbine ein bisschen langsamer an oder so. Wollte ich einfach ausschließen. Deswegen habe ich beide angemacht. Und Leute, guckt es euch einfach mal an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Zwischendritt sei gesagt, Leute, nur ein Viertel der Leute, die diese Videos gucken, lassen auch ein Abo da. Also wenn ihr mir einen kleinen Gefallen tun wollt und ihr noch kein Abo da gelassen habt, einmal bitte unter dem Video auf Abonnieren drücken. Und wenn es euch gefällt, gerne noch einen Daumen nach oben lassen. Wie gesagt, noch 25% der Leute machen das, die diese Videos gucken. Das tut ein bisschen weh. Also lasst uns die Zahl doch so ein kleines bisschen pushen. Würde mich auf jeden Fall mega, mega freuen. Ja, aber nachdem ihr das gesehen habt, ist glaube ich auch schon relativ klar, warum ich sage, dieses Ding muss mit dem Booster her. Also nicht nur, dass ihr eure Kohle wirklich nicht mehr drehen müsst. Ich habe mal geguckt, wenn man mit dem Booster die Kohle anmacht und dreht, geht sie nochmal einen Ticken schneller an. Aber das Geile an dem Booster ist eben, wenn du die 30 Sekunden extra drauflegst, dann musst du da auch nicht mehr drehen und die Kohle geht trotzdem von allen Seiten ganz komplett an. Ohne den Booster geht sie immer noch schnell an. Man muss aber die Kohle dann wenden. Und ich finde, die 25 Euro mit dem Booster, dass sie nochmal schneller angeht und man nicht wenden muss, ist es dann auf jeden Fall auch noch wert. Ob man dann 80 oder 105 Euro für seinen Kohleanzünder ausgibt, macht für mich dann nicht mehr wirklich einen großen Unterschied. Deswegen meine Meinung, auf jeden Fall den Booster. Der Booster hat auch noch einen anderen sehr, sehr geilen Faktor, denn er verhindert durch den Lüfter, der unten drin ist, wird Luft hochgepumpt. Das zirkuliert hier drin. Der Booster hat hier drin sogenannte Flaps und zirkuliert die Luft eben nochmal von oben auf die Kohle. Das heißt, die heiße Luft wird nochmal auf die Oberseite von der Kohle geballert, was einfach nochmal diesen Geschwindigkeitsfaktor und den Nichtdrehfaktor ausmacht. Aber der Booster hat wie gesagt noch einen wichtigen Faktor. Durch diesen Lüfter können mal kleinere Funken hochfliegen. Ich fand das für drinne sehr, sehr beschissen. Deswegen der Booster, da kommt dann auch hier oben durch dieses Gitter eben nichts mehr durch, beziehungsweise nur winzig kleine Funken würden da durchkommen. Aber die machen ja eh nichts. Deswegen für mich der Booster, auch wenn man drinne Kohle anmachen will, auf jeden Fall ein riesen Sicherheitsfaktor. Deswegen für mich die Turbine ohne Booster kommt nicht in Frage. Die Turbine mit Booster, also wenn man den noch dazukauft, brutales Ding, mega krasses Set. Und ich denke, die Geschwindigkeit eben im Video hat auf jeden Fall für sich gesprochen. Also innerhalb von vier, fünf Minuten, wenn sie vorher an war, hat man da einfach seine Kohle an. Also es geht wirklich richtig schön schnell. Klar, man könnte sagen so, Brudi, ich mache erst die Kohle an, dann baue ich mir einen Korb, dann stelle ich meine Pfeife hin, spiele die vielleicht nochmal durch. Alles gut, aber manchmal will man vielleicht doch, dass es schnell geht. Und dann ist man eben sehr, sehr froh, die Turbine zu haben. Und wenn ihr sagt, die ist mir fast zu schnell, dann macht sie halt zwei, drei Minuten später an. Also für mich auf jeden Fall der Geschwindigkeitsvorteil mit Turbine und Booster. Sehr, sehr geile Sache, was ich sehr, sehr genieße in letzter Zeit. Ja, und wenn wir da so die normalen Punkte durchgehen, die ich immer so in einem Review abarbeite, also Preis-Leistung, Verarbeitung, Optik und natürlich die Funktion, muss ich sagen, die Turbine punktet auf jeden Fall bei allen Punkten. Das einzige Ding ist, die ist halt auch sehr teuer. Würde ich also sagen, dass die Turbine der absolute Preis-Leistungs-Gewinner ist. Schwierige Frage, sie ist der beste Kohleanzünder, den ich jemals hatte, mit Abstand. Aber sie kostet halt auch sehr, sehr viel. Ist es mir das wert? Auf jeden Fall. Ich rauche halt sehr, sehr viel Shisha. Ich bin sehr froh, einen gescheiten, verlässlichen und schnellen Kohleanzünder zu haben. Solltet ihr 105 Euro für einen Kohleanzünder ausgeben, also wenn ihr schon ein bisschen tiefer drin seid in dem Hobby, dann kann ich guten Gewissens sagen, holt euch eine. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich denke, ihr werdet auch nicht enttäuscht werden. Wenn ihr jetzt einmal die Woche einen Kopf raucht oder so, dann braucht ihr vielleicht nicht unbedingt eine Turbine. Was die Geschwindigkeit angeht, aber was Optik und vor allem die Sicherheit angeht, ist sie schon sehr, sehr nice. Also da könnte man sich das vielleicht doch nochmal überlegen. Mein Fazit ist auf jeden Fall, die Turbine mit Booster ist brutal. Ich bin sehr froh, sie daheim zu haben. Die Turbine fällt sogar in die Kategorie Produkte, von denen ich nicht dachte, dass sie mich so sehr begeistern, wenn ich sie dann mal teste. Also ich kannte die Turbine schon immer und ich wusste schon immer, dass es wohl ein gutes Ding ist, aber ich wusste nicht, wie geil sie ist, bevor ich sie nicht probiert habe, beziehungsweise bevor ich sie nicht daheim ausführlich getestet habe. Was auch noch zu sagen ist, der Max, der die Shisha-Turbine macht, hat ein kleines Programm gestartet. Das nennt sich Refurbish, beziehungsweise sowas wie eine Abwrackprämie. Sprich, ihr könnt euren alten Kohleanzünder dort ins Halo geben sozusagen und kriegt dann nochmal einen Rabatt auf die Shisha-Turbine, was auf jeden Fall ganz nice ist. Also wenn ihr noch einen alten Schrottanzünder da einem rumfliegen habt, könnt ihr den jetzt einschicken und kriegt dafür eben nochmal eine neue Turbine. Ein kleiner Negativpunkt für vielleicht manche Leute, für mich auf jeden Fall nicht, ist, dass die Turbine keinen Hauptschalter besitzt oder kein Drehrädchen. Das heißt, es gibt zwei Optionen. Der Stecker ist drin und das Ding ist an oder der Stecker ist raus und das Teil ist aus. Vorteil ist auf jeden Fall laut Max, also dem Macher von Shisha-Turbine, dass dieser Schalter niemals kaputt gehen kann. Klar, wo kein Schalter, da kann auch nichts kaputt gehen. Und ich hatte es tatsächlich schon mal bei diesen Schienenanzündern, dass da mein Schalter am Arsch war, aber die Platte eigentlich noch gehen würde. Doofe Geschichte, passiert aber eher relativ selten. Und was halt daraus resultiert, ist, dass man das große Problem hat, man muss immer an die Steckdose. Bei mir ist es nicht so ein Problem. Meine Turbine steht in der Küche und ich komme einfach an den Stecker und weiß dann auch immer direkt, okay, der Stecker ist raus, das Ding ist zu 100% aus, was auf jeden Fall für meinen Kopf und für meinen OCD was sehr, sehr geiles ist, weil da muss ich nicht noch dreimal gucken, ob die Platte dann auch wirklich aus ist, ob ich die auch wirklich auf Null gedreht habe. Dann ist der Stecker draußen, ist das Ding aus, ganz klare Sache. Auf der anderen Seite, wenn euch das nervt und ihr vielleicht eine Steckdose hinter einem Schrank habt oder so und ihr dann nicht jedes Mal rumfummeln wollt, bis euch der Stecker drin ist, dann gibt es einen ganz kleinen Lifehack. Nehmt einfach so eine Mehrfachsteckdose, die so einen Switch hat und schon habt ihr dann einen Ausschalter. Und der kann eben nicht an der Turbine kaputt gehen, sondern dann höchstens an der Steckdose und dann müsste man nur eine neue Steckdose holen. Also abschließendes Fazit ist, dieses Ding 80 Euro wert, beziehungsweise ist das Set aus Turbine und Booster 105 Euro wert. Wie gesagt, Leute, wenn ihr viel Shisha raucht, definitiv, wenn ihr nur einmal die Woche oder so einen Kopf raucht, dann ist das Geld wahrscheinlich woanders besser aufgehoben. Aber für Leute, die viel rauchen oder das Hobby ernst nehmen, ist das Ding auf jeden Fall was sehr, sehr Geiles. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Teil so begeistert, aber ich kann mittlerweile sagen, wenn mir das Ding verrecken würde, würde ich mir auf jeden Fall eine neue Turbine holen und keinen von den China-Anzündern mehr. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von der Turbine haltet. Ja, das soll es dann zu dem Shisha-Turbinen-Review gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare posten. Ich beantworte das sehr, sehr gerne, wenn da gescheite Fragen am Start sind. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder Livestream oder Shisha-Cast oder Instagram-Post oder Instagram-Story oder Instagram-Livestream wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.